Zwei dabei. Für Aslan. Marvin Dux macht nochmal einen Schlenker. Da ist der neue Mann. Calderini, zwei gegen eins. Belletto, aber... Gemelli. Für jede Truppe, die aufläuft, sie will gewinnen. Auch in diesem letzten Spiel, was vermeintlich so unwichtig daherkommt für den HFC. Banowski. Mal am vierten Spieltag im August. Drösch mit dem Ballgewinn. Gegen Fenel. Banowski passt auf. Platz für Jena. Macht er gut, das ist Dietz. Dusch. Der Mann für die wichtigen Tore. Da war er wieder. Manuel. Banowski setzt sich durch. Und zum ersten Ball wird es gefährlich. In campo, aber Spina... Auch für ihn. Stagione... ...kontro la Norvegia. Al Lesorgio. Subentrop. Pass curent, oder? Nö... Nö... Banowski, jetzt mal ein bisschen unter Druck. Chemnitz drückt rauf. Banowski gegen Zürpitz. Divakoumenga. Tikkes! Tikkes! Und jetzt... Maueriszeichen. Alles oder nichts, aber jetzt erst nochmal Düker. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017